das war easy ich bin schon gut geld ja überragend diese pizza stellung brauchen wir gar nicht mehr die hätten es auch überspringen können ja das ist halt das erste was man lernen muss ja aber ich hätte auch ohne gelernt ich brauche definitiv eigentlich hier warum eigentlich hier ja ich will in zukunft etwas fahren gehen willst du dann dieselben kaufen nee das sind doch anfänger schier wenn dann brauche ich profisch hier also ich würde erstmal so für fortgeschrittene kaufen nee du hast mich doch gesehen wie ich die kurven nehmen so war wie du meinst komm lass jetzt auf die weltmeisterpiste harakiri oder wie die heiß harakiri die hat 78 prozent gefälle ja ich pack das auf geht's